Oh, ich dachte, ich wäre gar nicht zu spät. Es ist aber keiner mehr auf dem Schulhof. Oh, es hat bestimmt schon geklingelt. Ich muss mich beeilen. Oh, jetzt kurz vor den Sommerferien möchte ich nicht nochmal einen schlechten Eindruck machen. Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen und keinen Klassenbucheintrag bekommen. Oh Mann, ich sollte mir lieber eine gute Ausrede einfallen lassen. Also, meine Mama hat heute Morgen verschlafen und hat mich dann zu spät geweckt und dann musste sie zum Arzt und ich musste ins Krankenhaus. Ja, genau das sage ich. Also, Entschuldigung. Hä? Ist ja gar keiner da. Wo sind denn alle? Ich dachte, die Stunde hätte schon längst angefangen. Die Stunde fängt doch eigentlich um 7.50 Uhr. Oh, es ist erst 6.50 Uhr. Ich bin eine Stunde zu früh. Wie konnte das denn passieren? Oh, und was mache ich jetzt? Ich habe noch richtig viel Zeit. Keine Ahnung. Gute Idee. Ich kann einfach schon mal ein bisschen vorarbeiten. Die nächsten Seiten im Mathebuch, vielleicht noch ein paar Seiten im Englischbuch. Okay, Mädels, seid ihr soweit? Heute kommt der zweite Teil von der Rache an Hannah Vogel. Und, sind wir klar? Oh Mann, oh Mann, ich dachte, ich dachte, heute wäre der dritte Teil. Bist du immer noch erkältet? Ja, immer noch. Oh Mann, deine Stimme ist immer noch furchtbar. Die klingt wie von Opa Udo. Ja, ich weiß. Aber Leute, ich habe den Superkleber soweit vorbereitet. Nach dem Rezept meiner Uroma. Das ist spitze. Nachdem der Kaugummi-Prank schon so gut lief, werden wir heute die Hannah an den Stuhl festkleben mit dem Superkleber. Da kommt sie nie wieder frei. Oh, rückzug, rückzug. Warum ist die denn schon da? Oh Mann, oh Mann. Okay, Mädels, Plan B, Plan B. Ihr wisst, was zu tun ist. Äh, Plan B? Ich kenne nur Plan C. Nein, Plan B, Mensch. Denk doch nach. Ich kann es nicht laut sagen, Mensch. Oh, okay. Ich muss hier so lange ablenken. Vielleicht kann ich einen auf nett machen. Hey, guten Morgen, Hannah. Na, alles klar? Oh, was willst du denn hier? Willst du mich schon wieder irgendwo festkleben? Lass mich in Ruhe. Äh, nein, nein, natürlich nicht. Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen. Das wäre echt eine doofe Idee. Total kindisch. Wir sind zwei Kinder, aber das ging echt zu weit. Okay, alles klar. Ich nehme deine Entschuldigung an, aber jetzt lass mich in Ruhe. Oh, ich sehe gerade, du machst ja Mathe. Ich bin auch in der vierten Klasse, hier in der Parallelklasse. Und ich habe echt Probleme in Mathe. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist doch gut da drin, oder? Ja, eigentlich schon, aber was denn genau? Also, mit was soll ich dir denn helfen? Äh, keine Ahnung. Also, so genau das Thema weiß ich nicht. Zeig doch mal, was du so machst. Na gut, also, ich werde dir helfen. Ich male ein paar Aufgaben an die Tafel und du musst sie lösen. Oh, ja, super. Mann, wo bleiben denn die anderen Mädels? Ich habe keinen Bock auf Mathe. Oh, langsam wird es echt ein bisschen schwierig. Ja, dann komm mal mit an die Tafel. Wo bleiben die denn nur? Ich habe keinen Bock auf Mathe. Die will jetzt wirklich Mathe machen. So, ich habe dir ein paar Aufgaben dran geschrieben. Also, mal rechnen und geteilt rechnen. Multiplikation und Division. Hier ist die Kreide. Los, du musst die Aufgaben lösen. Äh, wie? Ich muss jetzt da vorne? Äh, da kriege ich ein bisschen kalte Füße. Das traue ich mich nicht. So war es eigentlich nicht geplant. Hey, hey, wir sind da. Wir haben das aus dem Hausmeisterraum geholt. Ach, hey, deine Freundinnen sind da. Wollen die auch ein bisschen Nachhilfe oder was steht an? Äh, Nachhilfe? Klar. Äh, das könnte nur ein bisschen klebrig werden. Hey, guten Morgen, Emily, Pia. Hallo, Dave. Hat jemand von euch schon mal, äh, heute Hannah gesehen? Nee. Also, ich habe sie auch nicht gesehen. Ich dachte, die kommt mit dir heute zur Schule. Wo ist sie denn? Äh, irgendwas ist hier doch anders, oder nicht? Noch eine Tischreihe? Sag mal, John, warum sitzt du denn jetzt da hinten? Äh, Richie, ich bin ehrlich. Ich mag dich nicht. Deswegen sitze ich hier hinten. Hm, also gestern, als ich mit ihr telefoniert hatte, da war sie total früh im Bett. Ihre Mama meinte, die wäre schon schlafen. Keine Ahnung, vielleicht ist sie krank oder so. Aber guck doch mal, ihre Tasche ist doch hier. Das heißt, sie muss ja irgendwo hier sein. Good morning, good morning, kids. Please sit down. Ich bin mal wieder zu spät. Bitte alle hinsetzen. Ach, was für ein chaotischer Morgen bisher. Äh, warum liegt dein Kreide hier auf dem Boden? Ach, Kinder. So, guten Mo... Äh, haben wir eine neue Sitzordnung? Aha, anscheinend. Wir haben da noch eine Sitzreihe hinten. Und keiner sitzt neben Richie. Was für ein Wunder. Na egal, lass uns starten und... Ach, klasse. Die Tafel ist auch nicht geputzt. Super. Danke, 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 danke. Kann dieser Morgen noch stressiger werden? Äh, wo... wo ist denn Hannah, Emily? Äh, keine Ahnung. Also ihre Tasche ist schon... ist hier. Also war sie schon da. Vielleicht versteckt sie sich irgendwo. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist sie noch auf Klo oder so. Keine Ahnung. Kannst du vielleicht gleich mal gucken? Ich hole so lange einen Schwamm. Ob sie jetzt so lange auf Toilette ist? Ich weiß ja nicht. Wir sind ja bestimmt schon zehn Minuten hier im Klassenraum. Also am liebsten würde ich jetzt einfach frei machen. Bei so einem stressigen Morgen. Oh, ja, ja, natürlich, Mr. Handsome. Das wäre super. Und da, wo Hannah jetzt nicht da ist... Wobei, wir können auch eigentlich Unterricht machen. Ah, voll witzig, Richie. Hannah ist nicht da. Und wir machen uns echt ein bisschen Sorgen gerade. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, das ist überhaupt nicht typisch für Hannah. Warum soll sie ihren Rucksack hier hin tun und dann abhauen? Hä? Hä? Ich werde mal draußen gucken. Auf dem Pausenhof. Und vielleicht auch auf der Toilette. Irgendwo muss sie ja sein. Hannah? Hannah? Bist du da drin? Hm, also hier ist sie nicht. Aber auf dieser Toilette war ich auch selber noch nie. Ich war mal auf der anderen. Hä? Was steht denn da? Ich liebe Richard... Richie! Das ist doch der Junge aus unserer Klasse. Ihhh. Das ist doch der Junge aus unserer Klasse, der mir letztens dieses Getränk geben wollte. Das war ja ganz nett, aber Hannah hat mir gesagt, er soll total fies sein. Leute, wir haben wirklich ein Problem. Hannah ist nicht zu finden. Weder auf dem Pausenhof, noch auf der Toilette. Hannah? Hannah? Oh, wenn du dich versteckst, komm jetzt raus. Wir vermissen dich. Ist das wirklich euer Ernst? Wir müssen das Mr. Handsome sagen. Das geht so nicht. Das war ja sowas von klar. Also hier ist kein einziger Schwamm mehr in der Schule verfügbar. Das war ja sowas von klar. Und der Hausmeister, der hat irgendwie auf einmal all seine Sachen verloren. Warum auch immer. Naja, dann nehme ich jetzt einfach die Rückseite. Dann kommen wir nur mit einer Tafelseite aus. Ist ja in Ordnung. Oh Gott, Hannah, was machst du denn da? Oh Gott, wer macht denn so einen Spaß hier? Also das ist doch kein Spaß mehr. Warte, ich mach das kurz. Ich befreie dich. Hannah, wer war das? Boah, Richie, warst du das? Das ist ja total fies. Man kann doch nicht jemanden einfach an die Tafel kleben. Wer kommt auf so eine Idee? Also ich kann mir schon vorstellen, wer das war. Das war bestimmt Richie. Oh, endlich. Danke, Mr. Handsome. Ich hab die ganze Zeit gerufen. Hat man mich überhaupt nicht gehört? Nein, man hat gar nichts gehört. Oh Gott, Hannah, das tut mir so leid. Aber wer war das denn? Also das war... Erzähl schon. Hannah, du musst dich selbst darum kümmern. Ich weiß nicht, wer das war, Mr. Handsome. Oh, Hannah, du kannst es ruhig sagen. Es war bestimmt Richie. Also bitte, Richie. Also jetzt hast du es wirklich übertrieben. Das kannst du doch nicht machen. Einfach eine Mitschülerin hier an die Tafel kleben. Also bitte. Das gibt auf jeden Fall einen Klassenbucheintrag und ein Gespräch mit dem Herrn Schillig. Nein, Mr. Handsome. Das war nicht Richie. Ganz sicher. Also das kann ich Ihnen wirklich versichern. Leute, hört mal zu. Das waren die drei, die mich letztens schon gemobbt haben. Mit dem Kaugummi. Also Emily, du kennst sie noch nicht. Aber Pia, du weißt, wen ich meine, oder? Ja. Leute, wir müssen uns rechnen. Wir müssen uns diesmal selbst darum kümmern. Hat jemand eine Idee? Äh, vielleicht auch Kaugummi auf deren Stühle. Keine Ahnung. Nein, Dave. Ich habe nur noch viel bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir denen eine Schleimdusche verpassen? Oh, das ist wirklich eine super Idee. Aber vielleicht können wir einen anderen Streich machen. Einen, der noch viel besser und fieser ist. Den haben wir mal auf unserer alten Schule gemacht. Also auf meiner alten Schule. Wisst ihr was? Wir machen das alles und noch viel mehr und doppelt und dreifach. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen.